Hi, mein Name ist Sarah und ich führe Sie durch die Videofolge für ihr erstes Mähprojekt mit ihrer Bernina aus der Dreier-Serie. Ich bin Mitglied des Schulungsteams von Bernina und begeisterte Näherin, seit ich klein war. Ich mag Mode und nähe gerne meine Kleider selber. Es ist meine Art, mich auszudrücken und Kleider zu schneidern, die wirklich zu mir passen. Hier sind einige meiner Kreationen. Gerne führe ich sie nun durch ein einfaches Projekt und zeige Ihnen einige Nähtechniken. Die ausführliche Instruktion ist auf www.bernina.com zu finden.